Schönen guten Morgen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich glück nun schon mal an den Preisträgern von gestern Abend. Ganz besonders natürlich denen aus der Region, denen wir nicht ganz unbekannt sind. Auch bei mir zu Hause stehen Möbel von den Möbelmachern rum und ich kann es nur weiterempfehlen. Ich freue mich, dass ich heute ein paar Sätze zu Ihnen noch sagen darf, bevor es jetzt dann in die Workshops geht, zu dem Thema, zu dem Sie sich hier zusammengefunden haben, weil ich glaube, dass es notwendig ist. Ich meine, ein Netzwerkkongress ist ja eigentlich so etwas wie ein weißer Schindel. Bei Kongressen trifft man sich ja ohnehin immer.